Heute ist Nikolaustag und für das sechste Türchen haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Mit Sicherheit ist es unser jüngster Gast. Es ist Jonte Gustav Niermann. Der hat seinen Stiefel ganz gründlich geputzt und auch ich habe das schon gemacht. Und ich hoffe, dass der bis oben hin voll ist. Warum freust du dich auf Weihnachten? Was passiert da immer? Da, da komm ich, ich freue mich über den Weihnachten. Der Weihnachter kommt, ne? Ich hab, ich, ich hab auch mein Eventkalender, da hab ich so ganz viel Schokolade rausgekriegt. Weißt du, wer Nikolaus ist? Hm. Wenn der Nikolaus kommt? Der hat so eine Mädchen mit so einem weißen Zipfel. So einen weißen Zipfel, hat der auch einen Bart? Ja. Einen langen Bart? Ja. Ist der grün? Ja. Ja. Ist der Bart grün vom Weihnachtsmann? Nein. Nein, welche Farbe hat der Bart vom Weihnachtsmann? Ähm. Ähm. Orange, deine Lieblingsfarbe? Ja, orange. Orange, okay. Dann hat der Weihnachtsmann eine orange. Das find ich gut. Hast du die Stiefel schon geputzt? Ja. Stellst du die auch raus dann? Ja. Was ist denn deine Lieblingssüßigkeit zu Weihnachten? Schokolade. Schokolade? Ne, Schokoladwäldchen. Hast du zu Hause eine richtige Trommel? Nein. Nein. Nur bei meiner Band. Du hast eine Band? Ja. Ja? Macht ihr da gemeinsam Musik dann? Ja, ganz laut. Ganz laut. Macht ihr auch Weihnachtsmann? Nein. Nein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Lasst uns frohen Mund sein und uns recht von Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Dankeschön. 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 Hast du noch eine Frage? Nein. Willst du noch einmal sagen, wer du bist überhaupt? Wie heißt du? Ante Gustav. Ja, Ante Gustav. Und du freust dich auf Weihnachten? Ja. Ja, fertig.